ja das einzige was fort heutzutage doch ausmacht ist doch dann von bauen kann und wieso nimmt man das raus ich verstehe es nicht man so das war mein beitrag zu dem heutigen video leute hallo herzlich willkommen zu diesem video wir werden jetzt direkt mit red ich weiß nicht was er will ich frage mich auch so er will irgendwie vor ein video machen und so aber man kann nicht bauen es ist nicht vor nein okay wir starten direkt ein oder ich nehme auch mein liebigen skin hast du das mitbekommen dass ich gestreamt hast du hast du hast du hast du hast du hast du mitbekommen hast du mitbekommen dass genau er hat gestreamt gestreamt du hast mitgezockt dann kann der mod rein und genau irgendwie irgendwann hat er dann gesagt nicht mehr auf hatte hast du das mitbekommen mit lukas also mit ananas bruder aber auch beim bbl bsp alles klar beim minecraft hola dabei ja ich weiß okay kennst du dir also auf jeden fall ich habe halt ja in minecraft vielleicht weißt du das doch ich habe damit auch schon das video aufgenommen mit dir da war ich ja ein axelotl skin und auch hier in wortland habe ich eine axelotl skin ich habe überall axelotl skin auch in real life lotter aber ist anderes thema und jetzt nennt er mich immer axelotl papa irgendwie ich weiß auch nicht ja es ist fort nein mann es gibt übrigens auch anders andere waffen irgendwie so ja es gibt neue waffen die auch mit visier die aug zum beispiel ja ja aber das meine ich nicht es gibt neue orte gucken wir hier hingehen hier ist ein raumschiff er ist um ob wir nehmen panzer es gibt jetzt panzer und ohne es mir war diesen fitz op ja eben deswegen nehmen wir doch ein und reden einfach alle und irgendwie geht es unten auch so ein schild weil man es nicht mehr bauen kann das soll so der ersatz sein verstehe ich warum warum meine ich wir können hier auf das schiff gehen ja ich komme jetzt so vor werde ich so all time player wäre so als ob ich komplette ahnung habe aber ich habe ja auf das luftschiff genau aber ich habe halt keine ahnung eigentlich ich weiß nur dass es vorne jetzt ja ich gehe doch nicht da unten drauf oder es treibt mich am hoch ich kann nicht landen wurde ja ich gehe ab geht runter kohle crossroads ich will bauen hilfe ja aber es gibt es gibt echt geile mp meiner meinung nach maschinen die kampfmaschinenpistole bin ich die bin ich echt geil tatsächlich als eine panzer fliegt dann durch die luft geil weil ich habe ein also ich habe die neue empfie habe ich gerade habe ihn habe ihn gedingselt genockt so kann er so springen weil mich auch gerade ist auch ein dach ja 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 wahrscheinlich hast du gottes aim hilfe ach schießt auf dich das natürlich jetzt wollte ich mich schon wieder hoch bauen das geht nicht ich kann nicht bauen ich bin gut gutes spiel was kann ich denn dafür wenn du gegen mich verlierst in irgendwelchen wetten wo wir im geld spielen geld macht auch nicht glücklich ich bin nun also willst du noch was sagen was ja ja aber du hast was ja gut ja das ist traurig man weiß dass es immer noch für den sommer für die italien ferien irgendwie eine freundin irgendwie zu bekommen ich glaube es ist für die italien ferien für die italien ich kann nicht ein italienisch kann nur ein bisschen romanisch noch so ein bisschen aber also ist ja ähnlich aber trotzdem ich kann mir was bestellen so aber aber nicht wo wegen halt ja egal ich habe italienisch drei jahre in der schule gemacht ich konnte auch also theoretisch kann ich französisch ja gut das kann ich in der theorie auch und englisch weil ich hatte vier jahre französisch drei jahre italienisch und ich kann gefühlt kein wort von irgendwelchen sprachen ne wie ist mein wetzer ach scheiße ich will hier bauen wieder hoch aber aber man kann es geht nicht kannst hochklettern ach stimmt lol alter wie der axelotl sich da hochklettert das ist elegant wie sich dieser axelotl da hochklettert das sieht aber wirklich elegant aus das ist ein safe die haben den panzer einfach stehen lassen lol ne der ist noch voll neu der ist noch neu ne der ist quasi wirklich noch neu der hat 2000 der hat 250 damage ja aber benutzen wir den panzer ich habe sogar so ein reparatur kit leute es gibt reparatur kits ja es gibt so einen bunsenbrenner hier ist ein sniper für dich ich hab dich scoped AR mit dem zielfernrohr ja hab ich auch eine blaue ich kann bauen achso ja ich kann bauen tja hat er ist runtergefallen was ein ehrenmann er ist einfach vom schiff runtergefallen was fallet denn jetzt auf mich alter ich treffe ihn einfach nicht wie geil behindert muss man denn sein lol du bist tot ja digga es gibt einfach man kann auch im panzer getroffen werden von irgendwas wenn man den fährt halt einfach das ist richtig scheiße was soll man das denn wissen ja am besten vorher ja woher soll ich das denn vorher wissen ja vielleicht hättest du dich mal informiert über das neue update digga in dem panzer sind jetzt zwei andere drin kannst ja meine karte holen ja lass den panzer panzer sein digga lass den panzer panzer sein ne ich will aber in keine ahnung was wäre jetzt lustig gewesen digga ich hab mich übel von dem frosch grad erschreckt von dem frosch erschreckt du kannst sprinten mit strg ah ja stimmt ne mit control achso ich sag dasselbe digga aber das ist auch so billig dann hat man Ausdauer wie in jedem anderen 8 spiel so gib mir das was hast du für gerät das? komplett scheißloot oh oh ich glaub der panzer hat mich gespottet kannst du wieder musik runterlegen und ko- digga da ist einer und copyright strike bekommen ha gotcha kannst du mir ja dann mal von munition alles abgeben ja ne ich gib dir meds lauf lieber um das ding drumrum würde ich sagen oh lol andere seite oh mein gott wieso steigen die nicht einfach raus von digga der eine chillt sogar da ja lol das ist aber übel OG skin ah die wollen 2 kills haben glaube ich lauf weg ble 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 nein du bist zu schnell gestorben ja wirklich aber die haben auch beide gesprayt halt die panzer sind halt viel zu OP digga das sind ja schlimmer als die Roboter dieses infrarot ding es wäre ja nicht so gewesen als wäre der panzer so schon zu OP ja moin da machen die dort noch ein infrarot rein wo mein spieler durch die halbe karte sieht so lass uns entspannt landen entspannt landen chillt ne find ich gut find ich ja willst du mich verarschen doch was denn ist weiter weg da können wir entspannt lupen ja ja aber was sagst du zu OP digga so ja ich find's scheiße ja eben also tut mir leid aber wer das auch geil findet ja ich hab grad jemand gesnipht ja aber noch das ist zu lange alter der ist ja auch komplett hängen geblieben er baut ne kiste ab lass die kiste zu mann so ein dulli ich muss ich die töten wegen der kisteninitiative was ist das denn ja keine ahnung dass man halt kisten nicht abbauen darf sondern öffnen muss was steht denn hier mit leertaste und jetzt ist man einfach kann man so klettern wie ein apex digga die ja sie kopieren uns einfach ich verstehe auch nicht es gibt so rote und äh blaue zonen gibt's wahrscheinlich in apex auch ich weiß es nicht ne gibt's nicht da gibt's nur eine ja aber ich glaub das ist so wo sich irgendwelche sachen befinden drin dann so ja irgendwelche raumschiffe die sich bewegen wahrscheinlich das haben sie vielleicht auch nur einfach damit sie noch so ich bin so behindert ich baue die ganze zeit bäume ab abgesehen davon dass dieser Schutzschild auch übel scheiße ist bist du das mit dem Auto? ja bist du ne doch oh scheiße oh das ist mir ein kleines mal los was fehlt oh ich hab C4 gefunden oh ja das ist aber geil und ich will nicht also dass das wieder gibt hallooo halloo was war das gerade ein bisschen C4 natürlich ich musste es ja ausprobieren ja definitiv ja bist du blind da liegt genau neben meiner Markierung achso neben deiner Markierung ich hab jetzt ganz sehr geguckt so wo aber ne da ist ja nur ne Waffe wie händler bist du? ach hinten alter also so abgehoben oh das glaub ich copyrighted oder? ne das kann ich hören ne tänzelt du denn nur ausmach achso scheiße ey pass mal auf die guten alten Challenge alter alter Junge ja dein Auto ist quatsch ich hab das Auto ich bin so ausgestiegen das Auto fliegt so los und plötzlich explodiert so alles ok hu 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 gemütlich alter ey wir brennen einfach egal das macht den Leuten Angst du musst ein Panzer da oben fliegt das da fährt er da ist einer hochgefahren ja egal wir haben ein Panzer du willst fahren ok also 35er du und 31er komm fahr 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 wir sind mit dem Panzer der fährt hoch ah wieso alter was machst du denn oh mein Gott ist er digger nein du hast unser Panzer kaputt gemacht warte ich kann ihn retten es hat einfach so nix gebraucht ha 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 digger ich hab den Panzer einfach zerstört ja hä ja und jetzt ey ist das das ist der Ernst vom Spiel oder also wenn sie schon Panzer reinbringt dann sollte sie doch auch machen und nicht funktionieren warte versuch einzusch digger was möchte ich abgeschossen ja was machen wir jetzt mit dem Panzer doof wenn sich jemand wehr du hohen Kobold alter den lassen wir einfach da wo er ist ja aber ne das ist scheiße ey das ist doch so ein Witz dieses Spiel digger bei mir sind noch mehr Gegner da hinten ist grad in die Richtung gefahren was sind die die Kopfgeld auf dich haben warte ich konnte einsteigen kurzzeitig oh der war der oben ist low 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 ich konnte ihn drehen ich konnte ihn drehen bam ich konnte ihm sogar Schaden geben egal ich muss es erstmal hier aufräumen Deine ist schon wieder cracked dort oben der ist auch weiß und cracked also der dort ich hab den Panzer hier jetzt erstmal eingepackiert NOCH! haaa hab ich dich heh heh so ein Hosen Kobold also der Maid muss dort oben irgendwo sein ich push den jetzt ja ja ok dann komm ich auch gleich der rebootet grad sein Maid dort oben bitte komm zu mir er hat mich geschossen ich werde gerade angeknüpfen der hat sein Maid rebootet ich bin so tot digger wo bist du denn wieso kommst du nicht runter oben auf dem Raumschiff drauf wir kommen runter nein komm runter komm runter bin ich ok Michael du fährst doch nicht weg ne ich komm zu dir rückwärts gegangen huh äh hallo kann ich irgendwie umsteigen ok ich hatte den einfach einen Nock und der ist einmal wieder aufgestanden Bruder muss los Digga kannst du jetzt mal ein bisschen schneller fahren bitte ansonsten snipen nehme ich gleich aus dem Auto raus ok volle Kraft voraus gibt das wirklich nicht schnell ah doch boost oh lol alter ja ok aber wir haben nicht so viel Benzin ne oh ja nimm die mit die Shockwaves dann tanke ich kurz du nimmst die Shockwaves und wir schießen nein ach nein ich hab die Zapfsäule umgefahren oh ne oh ne oh ne 45er noch mal ein 30er glaub ich bin auch crack und die schießt mit Sniper pass auf ja ich snipe gerade zurück so ein bisschen 70er ja der hat nochmal ein Hit der dort der wegrennt ist einer Nockt aber der ist vielleicht auch hier unten ne oder nicht was machst du oh Gott alter ja was oh mein Gott äh von wo von wo von wo da hinten oh mein Gott komm runter oh ne egal den kriegen sie nicht schnell genug tot ok ok gemütlich ah ne warte du hast Madnable oder ja hab ich da liegt noch ne goldene einer hat nen Sniper Hit ach man ich will direkt bauen wenn ich angeschossen werde da liegt noch ne goldene ja die goldene juke ich gerade nicht soo hier oben noch den Loot holen scheiße ich hab die falsche Waffen gedroppt meine Granaten weggeworfen ey ich bin fast tot ne ich auch ich bin won it oh mein Gott und die Zone kommt alter was machen wir hier ich hab halt auch kein Madnebel mehr ne ich hab ich hab ich kann mir jetzt einfach kurz das Madnebel aber dafür hab ich jetzt ne Scoped ahja mit Infrarot Ding das hat sich gelohnt oh dieses Bandys ist wichtig hier ist Internet das ist auch wichtig geil soll ich Bandys mitnehmen oder ein Mini ja ne nehmen wir nie ich hab noch ein Madkit ah wobei aber für dich ich nehm die Bandagen mit warte gern gehen wir hier oben kurz in den Busch vielleicht hat's ja hier drüben noch ein bisschen Blut in dein Haus ja hier oben ist noch ne Kiste zum Beispiel bei mir ja hier sind noch Madkit oh wichtig hier ist noch viel Loot hier sind zwei Madkits ja ich hab eins ich hab eins ich hab vier Madkits ja moin jetzt wird schon wieder auf mich geschossen von wo ich chill gerade erstmal kurz in meinem Busch bevor ich da rauskomme ich geh mir kurz ein Madkit ah ich bin noch nicht in der Zone ja ich werd halt gesprayed was willst du halt machen wenn du nicht bauen kannst und dann bin ich noch stuck hä what the fuck ja wahrscheinlich wirst du das jetzt trotzdem ne ach komm was reicht mir jetzt alter vier lol lol mich hat's gekickt haha nice Leute das war doch ne wunderschöne Runde ich dance hier ne Runde für euch nun meine Achse Dortel freut sich das ist richtig und richtig ja wenn's euch gefallen hat lasst ein Like oder ein Abo da schau bei beiden Kanälen vorbei oder würd ich sagen hast du noch was zu sagen? ne ne ok dann war's das mit diesem Video bis zum nächsten Mal Leute tschüssi tschüssi ich werd so krass mit der Stimme am Schluss geh ich immer so krass hoch irgendwie ja könnte ich nicht ich auch nicht wusstest du denn auch nicht es geht gut besser ich gut besser ich es geht gut besser ich